Es ist eine herausfordernde Zeit mit diesem Virus. Glücklicherweise haben wir eine Reihe intelligenter Lösungen entwickelt, mit denen Unternehmen und Organisationen so schnell wie möglich öffnen und gleichzeitig die Leute gut schützen können. Dieser Plexiglasschutz auf Fuß ist eine dieser Lösungen. Sie eignet sich hervorragend als Barriere zwischen Tischen in beispielsweise Gaststätten, Büros und Wartezimmern. Dieses Produkt besteht aus einer Fußplatte, einem Pfosten, einer Montagehalterung und einer Plexiglasplatte. Die Plexiglasplatte ist 140 cm breit und 66 cm hoch. Die Gesamthöhe mit Fuß beträgt 140 cm. Mit der einfachen Anleitung steht die Plexiglasplatte innerhalb von 15 Minuten bereit. Warum dieses Produkt? Dank der Fußplatte aus Stahl ist die Schutzwand stabil und hat keine gefährlichen Ecken. Außerdem ist sie schnell zu montieren, leicht zu verschieben und an verschiedenen Orten einsetzbar. Und es sieht einfach elegant aus. Wichtig! Verwenden Sie zum Reinigen einen antistatischen Reiniger. Dies verhindert zugleich, dass die Plexiglasplatte Staub anzieht. Ist dies die Lösung für Ihren Arbeitsplatz? Bestellen Sie dann die Schutzwand direkt in unserem Webshop. Dort finden Sie auch unsere anderen Lösungen gegen die Ausbreitung von Viren. Verwenden Sie dann die Plexiglasplatte. Auch die Plexiglasplatte auf die Plexiglasplatte. Bem кordern Sie dann die Plexiglasplatte. Wir finden Sie noch eine Plexiglasplatte in unserem Moment. Dort finden Sie es nur eine Plexiglasplatte.